So, wo hat's denn hier was geöffnet? Nein. Hier? Nein, hier bin ich ja immer, hey, komm. Ich schau trotzdem mal nach. Wenn ich mal wieder runter, komm! Gate behind you. Ach das hier, oder was? Oh, ganz toll. Das heißt, ich muss mich zu den... Na, toll. Da freue ich mich also richtig. Ich stelle so fest, es lohnt sich nicht im geringsten, das Ding mitzunehmen. Oh, das ist das. Mach ich dann nur wieder an dem Ding verreckt. Toll, toll, toll. Oh, das sind wieder überall Gegner. Oh, ja, wohin auch immer ich da ausweichen soll, passt schon. Ich soll da gar nicht ausweichen, aber ich soll einfach so sterben, oder? Hey, jetzt ist es abgestürzt. Juhu, jubel, 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 freu, freu, freu. Ach ja, in dem Glanz-Volz, schiefst du in den Arsch! Ich kann nämlich ausweichen und neu laden mit Onyx. Ich meine, mich beleben zu lassen, dass ich nicht mehr Schild hab, weil ich eh gleich wieder alles weg... Jaaa, genau, schön, jaaa... Hatten wir schon. Da oben ist noch so ein kleiner Lace. Jaaa, wunderbar! Keine Ahnung, wie ich die killen soll, aber hey, was soll's? Ich flieg einfach wieder zurück in den Teleport. Doch, das geht nicht. Oh, wir sind überrascht. Ich bin überrascht, wie ich jetzt aber, dass das nicht geht. Mann! Das ist ein Dreck! Ach jaaa! Hey, Gegner! Hey, Absturz! Mann! Drecksspiel, ey! Jaaa! Jaaa! Ich kann nicht draus, ich kann nicht drinbleiben, toll! Wunderbar! Hey, wunderbar! Oh, schon stelle ich mir ein Spiel vor, das gut ist. Juhu, entweder killt mich, der... Scheissabsturz, ey! Ach, ich... Oh, diese scheiss Transpuls-Drecksding! Shhh... Oh, noch eins, oder was? Willst du dich verarschen? Ah, komm! Mann! Oh, ich soll die alle töten! Wenn wir die Suska anholen würden, würde das nicht funktionieren! Hör auf, ich soll töten! Hör auf, ich soll töten! Ach jaaa! Hör auf, ich soll das nicht tun! Jaaa! Oh, ich soll das nicht tun! Hör auf, ich soll das nicht tun! Ach! beschissene waffen haben wie immer ach ja ist gut ich weiß dass du scheiße bist ach komm stirb doch einfach ich bin ausgewichen mann wo kommen die immer her ja eine transpuls mann jetzt stirbt doch einfach was was soll der dreck ja genau mann ach komm schon wo hat er mich jetzt bitte schon getroffen ja genau jetzt sterb doch einfach beide ja komm noch eine von den ich habe ja noch nicht genug von den mann ja komm ja toll habe ich so gekillt denn ich habe dieses scheiß trends puls ding noch ja der tun kirk mich ja der gelehrt hast du nicht warum auch hey das so scheiße auch ich kann nicht so viel damage machen ich kann nicht so viel damage machen hallo reagieren mal du scheiß tastatur oh ja noch mal trends puls ding hey warum nicht stehe ich ja drauf wo das muss halt sterben es bringt zwar nichts aber was sollst oh ja jetzt land ich wieder ganz davon ihr spinnt wohl war das nicht noch mal zwischendurch in die spawnpoint ich komm flieg zu ach die scheiß tür auf ich soll nicht zu gehen ich hasse zugehende türen komm geh sterben ja achte auf die pannterung deine mutter ich sage den keller nicht warte mal ist der da wenn ich nicht die tür auf mache nein gut da machen wir auch nicht auf 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 Mann ey Dreckspiel da komm runter soo das will jetzt zwar gar nichts bringen aber hey was solls das ballen wir halt noch ein leden hey das bringt gar nichts wie überraschend hey es ist abgestürzt wie noch überraschender Mann Hallo ich drücke die Leertaste reagierst doch mal Mann Das ist ja noch so ein verfickter Drecksturm klar ihr habt mich getroffen was die fliegen doch seitlich ewig ach teile mir auf ja Elimitanzpuls schieb's in deinen Arsch Pulser Absturz bla 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 ach ja genau ich fliege zwar hoch und runter aber was solls super hinter mir kommt schon wieder so ein scheiß Trenspuls Drecksting das war keine Ahnung wie ich die irgendwie besiegen soll ohne Waffen ohne alles selbst mit Waffen ist das schon scheiße ach ja wo fliegen die bitte schon hin sind die auch zielsuchend man ja komm Trenspuls Trenspuls ja ja es man und wieso baut man nicht einfach mal ein vernünftiges lademenü ein im hauptmenü ja trenspuls scheiß drecks ding wie soll ich das bitte schon alles toten womit überhaupt tut's ab hast du recht funktionieren muss man ja nicht wann wann der toll ich hab die auswahl zwischen sterben und starten toll noch ein turm ja genau was ich mir wünsche Trenme nein an der scheiße noch mal ja schieß seitlich hast schon recht ja schieß seitlich was weiß ich wie ja hol deinen Kumpel warum nicht hallo ich drück die leertaste will das auch mal registrieren man ja stütz abkomm wo willst du jetzt gespeichert da scheiße naja kommen wir natürlich nicht durch warum auch ich hab keine Raketen sehr gut nix da nix da nix da daraus daraus komme ich nicht wunderbar wo müsste ich denn da lang ja die fliegen mir natürlich hinterher was was zur hölle wo ich hab die net mal gesehen ach lass mich doch da rein es ist gecrashed wie toll nein es war der falsche nein geh doch weg lass mich in ruhe ich will von dir nix und du willst von mir nix hallo hallo ich hätte vielleicht nicht deaktivieren sollen hey ich hab Transpuls gefunden ich hab schon seit Ewigkeiten so wie Geld ich es gar nicht mehr ausgeben kann aber nein ich warum auch immer ich spiele scheinbar ein geistig umnachteten aber jetzt kann ich es nicht mehr erklären wozu bin ich denn überhaupt lange wenn ich denn jetzt wieder zurückfliegen muss das ist ein totaler Schwachsinn oh damit der Bounty Hunter leckt mich am Arsch erscheint toll ich freu mich ah zur Hölle ah zur Hölle ist dir überhaupt kein Schaden bei mir NULL NULL NUTRO NULL 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 N Dragon ja genau was ich mir gewünscht habe Ich könnte noch nicht schön oder NULL AMD ich würde nennen und Metall aber automatisch für dich festliegst. Oh ja, toll. Ja, ist genau, was ich mir gewünscht habe. Ich schieße aber weiter. Ich habe ja genug. Ich habe ja genug Munition. Ich weiß gar nicht, wohin mit meiner Munition. Ja, das Spiel steht. Schön, toll. Bin ich voll dafür, dass das Spiel steht. Finde ich super. Ach ja. Scheiß Instant Death Kill Ding. Scheiß Dreck. Einfach weiter schießen. Irgendwelche Explosion. Ja, genau. Einen Millimeter. Aber er schafft es nicht. Er hat sich die Wand geschossen wahrscheinlich sogar noch. Laden, komm. Schön, wenn die Taste einfach nicht reagiert. Ich war doch schon wieder unten. Ach, leck mich. Ja, jetzt kommt so ein Transpuls-Drecks-Ding. Wo komme ich denn hier raus? Mann! Hey, er ist tot. Toll. Mir ist doch scheißegal, was das im Dreck ist. Welcher Turm hat er jetzt zuerst geschossen? Ursprünglich wollte ich heute noch was anderes aufnehmen, aber... Glaub fast, daraus wird nichts mehr. Ja, hey, stütz doch mal wieder ab! Weil es so lustig ist! Ich brauche die Munition auf jeden Fall. Was? So? Jetzt bin ich rausgekommen. Hä? Wo muss ich denn jetzt hin? Wohin? Oh, fickt euch doch! Wohin denn jetzt? Ich rufe jetzt wieder irgendwas. Nein! Nein, nein, nein! Bloß der Hunter ist erschienen. Schön! Also in der Ecke ist einer... Was zur Hölle? Muss ich mal sterben? Jetzt sterbe ich gleich. Wo soll ich denn da rauskommen, ey? Was? Game over? Ich hab... Was? Fick dich! Hast du dir den Scheiß schon wieder ausgedacht? Wo soll ich da hinfliegen, bitteschön? Hier gibt's nirgends mal was, ey! Teleporter kann ich... auch nicht... zurück. Funktioniert denn nicht mehr? Hä? Steig wo soll ich es nicht mehr? Ja? Was ist das? 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 Vielen Dank.